So, heute geht es zum Moos Diner. Da bin ich verabredet mit Dom. Der hat eine Loworder S. Ziemlich geiles Teil auf jeden Fall. Tanken muss ich auch noch, leider. Oh Mann, naja. Los geht's. Ja, ich hoffe einfach mal, dass das letzte Video richtig gefallen hat. Ich denke, in dem Stil kann man ruhig weitermachen. Auf jeden Fall hin und wieder mal so einen kleinen Spot filmen. Finde ich auch immer ziemlich interessant. Also wie gesagt, ich mach das halt selber auf, bevor ich irgendwie Touren plane. Zum Beispiel die Sauerlandtour. Der Kollege meinte zu mir, optimal auf jeden Fall für den längeren Toilettengang. Matthias, top an dieser Stelle. Freut mich. Ja, ich hätte auch gestern tanken können, aber mal wieder kein Bock haben. Ich muss jetzt erst einmal fix hier in Elsen tanken. Dankeschön, tschau. Jochen, ey, nacken! wir müssen ja die Zeit wieder rein um den Tank da sehe ich es schon das wieder rein ja auf jeden fall ganz cooler biker treff hier oder beziehungsweise was ist das American Diner oder sowas gerade der Lambo noch hier vorbeigefst war auf jeden fall mega geil oh geil ey Loro der S man, mega ja Also wollen wir nach rechts fahren? Da war ne Scheibe dran, aber ich hab die... So, ich glaube jetzt fangen wir hier durch die Sinne einmal. Das war es auf jeden Fall von meiner Seite. Ich hoffe es hat euch Spaß gemacht. Ich hab leider leicht noch ein kleines Problem. Ich bin ein wenig später da als geplant. Dafür werde ich mir noch einen abholen. Aber ich werde das ganze wohl heute auch dumpfen. Und dann genießen wir raus rein.